Ist der von dir, Chris? Ja. Hab ich extra für Ina gebaut. Ina hat sich extra von mir ein collaboration gewünscht. Ach, Scheiße. Wiegegen hab ich nicht. Man merkt es überhaupt nicht. Man merkt es überhaupt nicht, dass der von dir ist. Nee? Ja, sie ist es. Nee, nein. Oh, Entschuldigung. Nein, Ina! Nein, leck mich am Popo. Warum hasst du mich so sehr? Hey, weil ich dich einfach hasse. Seid ihr bereit? Ich schaff. Jo. Nein, einfach nicht. Warte, warte, warte. Oh, na gut, ich hab gestartet. Zulich ist auch bei dem nicht schlimm. Ach, alles gut. Das dauert sowieso. Das werden wir eh nicht so schnell schaffen. Du kannst sagen, wir werden da 3 Stunden dranhängen. Ah, ganz so lange wird das wohl nicht. Gott sei Dank wird meine Stimme nicht geteilt. Boah, 10-20? Ja. Du kannst glaube ich... Achst du mich irgendwie? Nein, keine eigene. Du kannst glaube ich auch 10 Haunen nehmen, oder? Ja. Ja, aber ich hab's mit 10-20 gemacht. Ich kann dich jetzt schon nicht sagen. Das wär ich doch immer gern. Boah, ich hab hier die Tüte gar nicht über den Kopf. Also, Ina, meine Stimme wird nicht geteilt. Somit ist es egal, was ich sage. Haha. Ja, aber meine Antworten. Haha. Ja, aber du hast ja nichts Sahneschnittchen gesagt. Außerdem weiß niemand wer Sahneschnittchen. Natürlich hab ich Sahneschnittchen gesagt. Jetzt hab ich schon wieder gesagt, Sahneschnittchen. Oh ja. Wiederhol's noch ein paar Mal. Und über alle Sahneschnittchen. Simi, schreib mir Sahneschnittchen. Ja. Ja. Und keiner weiß wer Sahneschnittchen ist. Oh, Ina. Oh, wer schubst mich denn hier so? Ja, du schubst. Ja. Nein. Untergefallen. Scheiße. Die ganze Brunnenverkrankheit. Oh mein. Ui. Ähm. Unter. Ah, jetzt. Oh, daneben. Hä? Sag mir nicht, dass das so ein Flip ist, ne? Nein, das ist kein Flip. Oh, wer macht das denn jetzt? Du musst selber Flip. Wann stehst du da hinter einem Wall-Wide, ey? Ach, hier hinter so nem Rampe. Ich stell dich da einfach hin und guck, ey. Jaaaa, nein. Oh. Jetzt hab ich's grad mühsam geschafft da hinzunehmen. Wer lässt den Kontakt an? Also mal ganz ehrlich. Ja, natürlich. Ja, wie cool. Ach, scheiße. Natürlich lädt der Kontakt an. Das ist doch lustig. Oh nein. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich noch GTA-Rennen draus gemacht. Oh ja, dann hätte ich drüberlaufen sollen. Oh, oh. Da komm ich ja nicht mal rauf auf den Wall, weil, willst du mich mal achten? Doch, okay. Das ist eigentlich easy. Ich find's ja auch schon zweimal runtergefallen, aber, ne. Oder war das so steil? Ich fall da nur runter. Oh, Alter. Oh, ich lenke immer am Ende nach links, ey. Das hab ich gestern mit Test schon gemacht. Die ganze Zeit gelengt. Das ist scheiße. Ups. Oh, ich bin hier am Rand. Part mal allem. Tschüss, Sabrina. Tschau. Es ist urungewohnt in der Party meinen richtigen Namen zu hören. Okay, Entschuldigung. Wie soll ich dich nennen? Zicke. Zicke, gut. Zicke. Nee, Zimmi. 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 Bitte. Nicht Zicke. Oh, nicht schuldig. Oh, zu schnell. Zu schnell. Und tschüss. Zimmi. Oder Sabrina. Inna. Scheiße. Ah, nein. Jetzt bin ich voll daneben. Oh, leck mich doch im Popo. Was ist denn hier los, ey? Gedränge? Ich versuch gar nicht gerade umzudrehen. Also jetzt weiß ich wenigstens, was Inna meint mit, das kann Stunden dauern. Oh, jetzt bin ich perfekt geflogen und knall gegen mich aber. Nein, ich bin voll drauf gewesen. Aber, 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 aber. Ich hab das mit dem anderen verstanden. Oh, ey. Jetzt hab ich wohl gerade fahren. Ich land ja immer. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Ich möchte mich darüber nachdenken. Oh. Ne, ich war doch so. Ey, jetzt flieg ich schon wieder zu weit. Oh, man. Ich flieg immer zu weit links, oder? Oder hinter dem Motorrad? Schade, was machst du gerade? Weiß ich nicht. Wo ist denn? Hallo, Inna. Hallo, Inna. Oha. Ist der von dir, Chris? Ja. Habe ich extra für Inna gebaut. Inna hat sich extra von mir ein Level-Action gewünscht. Ach, scheiße. Nee, hab ich nicht. Man merkt es überhaupt nicht. Man merkt es überhaupt nicht, dass der von dir ist. Nee. Ja, siehst du. Nee, nein. Oh, Entschuldigung. Nein, Inna. Nein. Oh, leck mich am Popo. Warum hasst du mich so wieder? Ey, weil ich dich einmal hasse. Fragst du das nach dir? Oh. Fragst du das wirklich? Fragst du das? Jetzt kriegst du mich die Nächste runter. Oh. Tschüss, Rally. Ich dachte, ich kann mal abkürzen, aber... Ey, ich komme nicht auf den Wallrad drauf. Nur nicht einmal. Ich bin auf den Wallrad drauf. Ich bin schon zehnmal gesprungen. Einmal. Ja, ich war auch schon auf den Wallrad drauf. Und, 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 und. Was ist das? Oh! Vor dem Punkt rausgeflogen. Und tschüss. Was? Vor dem Punkt rausgeflogen? Das ist mies. Nee, ich bin beim gelben rausgefallen. Ja, ich auch. Oh, ey, ich komme immer so tief auf. Ah, verdammt du. Das gibt's nicht, ey. Das ist doch lächerlich und danach noch nicht mit Kontakt. Was? Verwandlungsfremden kannst du nicht ohne Kontakt machen. Das ist Verwandlungsfremden? Das ist ziemlich verkackt. Ja. Ja, das habe ich schon gesagt. Triathlon. Buß mit Barti und mit Auto. Ja, danke, nein, danke, nein. Oh, ey, jetzt bin ich drauf. Warum bleibst du denn da stehen? Naja, weil ich brauch Anlauf und dafür muss ich erstmal stehen bleiben. Dazu brauchst man keinen Anlauf. Ja, deswegen hast du es noch nicht geschafft, weil du der Meinung bist. Ok. Tschüss, Sabrina. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Falle einfach, was du denn da hast. Ich bin einfach nicht in Ruhe. Oh, ich bin drauf. Das gibt es nicht. Ich bin drauf. Oh, Ina. Ey, was meint der? Gruppenkuscheln. Gruppen-Style sind sie immer. Ich war ja schon oben, ne? Und so ist es doch nicht. Und ich bin... Verdammt, ich war oben und auf zwei Reifen rumfahren. Echt jetzt. Chris, sag mir jetzt nicht, du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin bei Punkt 1. Echt? Ja, doch, doch, doch. Oh, die Hände kamen da. Das ist doch langweilig, wenn ihr hier nicht mehr mitwischt. Was soll ich denn machen? Soll ich erst mal wieder Polt fahren? Du sollst einfach verkacken. Oh, Leute. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Glaub mir, es wird noch lustiger werden. Glaub mir, es wird lustiger werden. Das ist noch gar nicht der Anfang. Das ist noch so das leichteste mit unter. Na du mit deinen Wünschen. Ich fliege den World immer nicht. Man fliegt dann immer so unter oder daneben vorbei. Nein. Nee, ich hab's nicht. Nein, ich hab's nicht. Nein, ich hab's nicht. Also einmal ganz, einmal fast geschafft. Oh, leck mich am Arsch. Jetzt roll ich mich in die falsche Richtung. Jetzt bin ich zwar drauf, aber mein Wagen hat irgendwie einen Schaden davon genommen. Was? Mein Wagen hat einen Schaden genommen. Wie hat der einen Schaden genommen? Nein. Boah. Hä? Ja, der hat sich nicht mehr lenken lassen da drauf. Ach so. Ich hab den Schuhe gekriegt. Ja, Mann. Nächsten Punkt. Oh, passt. Kannst du die noch nicht Aftermath sch Calendar getrennt? Oh Gott, voll toll. Das ist sonst noch nicht. Hey hallo! Wo muss ich denn landen? Für den Checkpoint? Auf der Plattform? Wie soll ich denn da hinkommen? Springen. Springen, ja genau. Einfach hoch raus springen, dann passt das. Ich muss auf die Plattform kommen. Boah, willst du mich irgendwie verpacken? Jetzt war ich schon mal bis zum Ende von den scheiß Morveld, weißt du? Aber Ina, bist du sauer, wenn ich dir sag, auf der Plattform ist der Punkt noch gar nicht? Boah, ja? Dann könnte er noch kommen noch mal. Dann bin ich richtig sauer, aber das ist unfair. Danach kommt noch, du musst halt einfach nur so einen halben Looping hochfahren, oben auf der Plattform ist der Punkt. Boah, ich hab die Speedstreifen nicht erwischt. Oh, scheiße. Daniel ist auch schon weiter. Guck dir die Kackpapze an, ey. Ich weiß nicht, Daniel. Er hat ein Jahr lang Zeit, um zu lernen. Oh, Mann! Ina, Ina, Ina! Was denn? Er hat bisher den Namen gegeben. Wollst du doch nach Deutschland ziehen? Oh, lass mich doch in Ruhe. Oh, lass mich doch in Ruhe. Bei Ina hat noch Platz ergeben. Ja, das wollen noch mehr Flüchtlinge, was? Ja, echt mal. Noch mehr Flüchtlinge, was? Ich müsste, wenn, dann sowieso die ersten paar Wochen zu Ina. Oh, ey, wenn du mir in meinem Speed zugucken könntest, wenn du das sehen würdest, Alter, ich könnte ausgasten. Ja, Mann! Ja, Mann! Stimmt's, Ina? Ja! Jawoll, okay. Jetzt hab ich, jetzt hab ich ne Warte. Jetzt kann ich, jetzt kann ich gucken, wo ihr seid. Achso, ich muss da... Winke! Wo seid ihr denn? Winke! Hallo! So, jetzt muss ich eben mal gucken. Warte mal, ich guck mal eben, wo Daniel ist. Du bist zwar bei mir Moderator, aber... Hast du deinen Namen ja erinnert? Ich könnte ihn in Ruhe an. Aber bist du in Ruhe schon? Hast du geschafft, schon rüber zu kommen? Ja. Okay. Achso, dann hüpfst du gerade da hoch, da hat es sein. Ja, sehr flüchtig. Achja, ja, ich sehe das. Ja, das nächste wird jetzt tricky werden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist alles gerade tricky. Soll ich dir schon sagen, Daniel, was du tun musst, oder würdest du selber rausfinden? Nee, das wäre ja langweilig. Ich probier's so. Okay, weil es wird schwierig werden. Ah, ich seh's. Muss ich mir das mal angucken. Ja, der Warride ist nicht das Schlimme. Oh, das Schlimme ist die Ruhe. Oh, das Schlimme ist die Ruhe. Ja, ich hab's scheiße. Auto Müde, Auto schlafen schon. Ja, man muss ein bisschen hochziehen und dann direkt hochfahren, sonst fliegt man wieder raus. Ja, und du kannst, du musst am Ende, mit der Röhre musst du ein Warride weiterfahren und nicht vorwärts. Ja. Mit Gegengesetzern noch in der Röhre aber drehen. Genau, richtig. Ihr motzt's nicht so rum, Männer, ihr habt es doch schon. Oh, ich halte. Ich fisch aber gerade die leichteste Sache generell nicht hin, weil ich... Oh, was tust du denn? Ja, aber Moment, Chris, wir sind auch nicht für solche Sachen gemacht. Ja, gerade ich. Und ich hab dir von Anfang an gesagt, dass ich für sowas keine Ausdauer habe. Ich hab nichts gesagt. Und so tun dich natürlich nicht. Nein. Nee, ich hab' nur Ehrgeizigung und und spielt das über fünf Stunden nur damit es schafft. Ach man, oh. Egal, egal ob andere schon fertig sind mit den Nerven. Ja, mit den Nerven. Aber sie, sie macht weiter. Egal ob man schon sagt, oh, fuck, ich bleib einfach nur noch stehen. Aber sie, sie? Nein, ich bin auch so vor, weil ich rausgefahren bin. Na toll, ja, abzumatzen, ja. Voll daneben. Fuck. Mann, wenn du das im Stream alles... schade, ich war doch runter. Jetzt bin ich zu weit geflogen, ist das dein Ernst? Bist du fertig, damit ich runter plumpse kann? Komm nur noch zurück, komm nur zurück, komm nur zurück. Ich plumpse nach. Zu weit. Daneben. Voll daneben. Nein, ich muss dahin, nein, ich muss dahin, nein! Verdammt. Also es ist ja das Witzigste, wenn du den Strom schon 10.000 Mal hinter dir hast und trotzdem dauernd daneben fliegst. Das ist erstmal peinlich. Boah, ich hab wieder lieb. Da, was hieß denn? Aber Dane... Ich drehe nicht immer in den Worldwide in den Orangenen da. Aber Dane ist auch noch nicht bei mir. Was ist das? Nö, ich bin jetzt ein Tomat in der Ruhe gewesen, ich hab da drinnen noch nicht mich zu drehen. Warum kuschelst du mit mir? Auf die nächste. Alter, könnt ihr mal von mir runtersteigen? Ich nehm euch nicht mit. Warte, 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 warte. Oh Mann, toll, danke. Richtig. So, ich will jetzt gerne mal hochfliegen hier. Oh, ich flieg sonst ruhig. Ich hab's gesehen! Nein! Oh, ich lass wieder los. Offenmal. Oh, weil ey. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann. Gut, ich schaue da. Oh, ihr macht mich fertig. Ne, du machst mich fertig. Oh, Quatsch. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm! Oh mein Millimeter. Oh mein Millimeter. Ich bin wieder drauf auf jeden Fall. So weit haben wir es schon mal wieder. Ich bin jetzt oben. Ey, fick doch die Hände, zu dem ich die Dreckskarre. Ich komm da nicht hin, Chris. Der überdreht sich immer so komisch. Ich hab den Bogen voll mit den T20 gewählt, also demnach müssen wir das auch bei jedem Auto machen sollen. Der überdreht sich immer so komisch, also bei mir bricht immer der Hintern weg. Ne, was? Weniger stark lenken. Mach ich eigentlich mal. Stark lenken oder so, das weiß ich ja, dass du da nicht so stark lenken darfst. Aber trotzdem bricht der aus, obwohl ich ja nicht mal schnell fahre oder so. Jetzt kommt Concentration hier. Wie läuft es bei dir, Daniel? Ich schaffte immer noch nicht, mich an die Rohre zu drehen. Einmal hatte ich kurz, aber hatte dann keinen Grip mehr. Ich flieg nicht so weit, wie die sagen. Könnt im Steam gucken. Ich flieg nicht so weit. Dann musst du höher von dem Wall-White abspringen. Den Wall-White hast du schon geschafft, oder? Ich hatte den Wall-White schon. Ich mein, der hat den auch geschafft, oder? Ja, ich glaub den Wall-White schon, aber ich hab noch nicht auf die Plattform gelandet. Achso. Warum ist die Rohre? Über mir oder unter mir liegen? Aber... Ich hab grad ne Verschwörungstheorie damit auf. Ich stimme euch gleich, weil ich so was von zum Schreien anfange, dass die Nachbarn die Männer mit den weißen Westen besorgen werden. Glaubt das. Besorgen. Besorgen, ja? Besorgen, ja? Besorgen. Oh, Kinder! Ich seh doch nicht, ob du da oben stehst! Nicht mehr nicht los, ey! Oh, die macht mich fettig! Ab jetzt frage ich zuerst. Ina, bist du grad unterwegs? Ich bin oben, ich bin oben! Oh nein! Oh nein! Jetzt bin ich schon wieder... Oh, scheiße! Musste dieses dämliche Flugzeug oder Helikopter oder was auch immer Teil da sein? Das ist echt los. Ist immer noch ein Heißluftballon. Oder Heißluftballon? Nee, ist es auch nicht. Seppelin. Ich glaube, das ist immer noch ein Peppelin. Ja, das musste das sein. Ich hab doch auch gerade gesagt. Heißluftballon. Seppelin. Oh, die Stelle, wo ich hier bin, die werdet ihr lieben. Oh ja, natürlich. Wir werden alle lieben, was da ist. Wenn ihr die erreicht, ja. Soll ich gerade sagen, wir haben es ja längst verlassen und gucken euch. Ich streame nicht, Ina. Ich bin oben! Bist du auf der Plattform, echt? Ich bin auf der Plattform, jetzt traue ich mich nicht weiter. Nein! Weil da ist kein Punkt. Warum ist da kein Punkt? Nee, du musst noch hoch. Du musst noch den halben Looping hoch. Aber der ist leicht, oder wie? Ja, du musst noch den Looping hochfahren, dann bist du da. Nein! Ich schwör, wenn der nicht... Doch, da oben ist direkt der Punkt. Und erzähl doch... Muss ich da Anlauf nehmen? Ja, einfach hochfahren. Er muss natürlich schnell genug sein, um hochzukommen. Aber du brauchst jetzt nicht über den Durchschnitt schnell zu sein, oder so. Das ist direkt der Punkt oben. Ich fliege mal über die Kurve hinauf. Das wäre doch nicht mies. Aber Zimi, du könntest dann... Du könntest dann Ina mal erklären, was das Nächstes kommt. Ina, ich hab den Punkt! Ina, ich hab den Punkt! Sehr gut. Ja, bin ich gut. Das ist doch super. Ich freu mich für dich. Aber du musst wirklich... Ja, ne, du musst wirklich von ganz oben, von Ina, von der Kante oben. Also, du musst wirklich ziemlich hoch am... bei dem Wallride wegspringen. Hab ich getan. Und du musst Vollgas geben. Mach ich auch. Okay. Und du darfst nicht bremsen. Das mach ich nicht! Was? Oh man, Rocky! Man zisch ab jetzt! Oh! Oh, 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 oh! So, ich soll ihr erzählen, was aus der Nächstes kommt. Hm, ich weiß noch nicht, was aus der Nächstes kommt. Irgendeine Rampe! Oh! Oh! Ich ess jetzt mein Eis, hab dich noch zu voll! Ina, glaub mir! Sei froh, dass du Eis hast! Am besten klatsches Grieß ins Gesicht, bitte! Ja, wenn ich ihn mal live treffen sollte, wenn das Ding ist, würde ich quatschen. Ja, eindeutig. Oh! Oh, ich kann ihn jetzt schon nicht leiden. Ach, das ist doch easy. Ja, so easy, dass ich jetzt zum dritten Mal respawner. Ja, das ist so. Okay, das ist für mich keine Kunst. Aber ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ah, nein, nein, ich schaff's hoch. So, was ist das? Wir machen's einfach so, wenn du das nächste Mal hier wirst, ne? Ja. Werden wir dann Chris besuchen fahren und werden ihm das gleichzeitig um den Kopf platzen? Klar, auf jeden Fall, bin ich voll dabei. Ach, da freu ich mich schon. Wie weit bist du von Roastrock entführt? Oh, das sind ein paar Kilometer, da fahrt ihr immer so ein paar Stunden, glaube ich. Ja, weil's darum geht, ich komm ja dann wahrscheinlich mit meinem Auto. Und mein Auto haltet nicht allzu viel Angst. Ach so. Was wärst du denn? Also, ich hab's noch nie versucht. Hm, ähm, Opetika. Okay. Ach so, stimmt was. Ja, ich mein, ich hab's noch nie versucht, ich müsste es mal versuchen. Hm. Aber ich hab zu viel Angst. Ja, nächsten Punkt, Gott sei Dank. Nein! Oh! Ich tritt grad nach dem Fernseher aus. Also, das ist, das ist interesslich. Aber ich schaff das, ich hab das andere Ding auch geschafft. Natürlich schafft man das. Ich red' heute schon wieder auf, äh, ich red' heute schon wieder die Aufzug. Also, ich hab' die Strecke nicht so schwer geworden, wenn ich's geschafft habe. Ach, ne, ne, wir hängen nur schon ne halbe Stunde am ersten Punkt. Aber, nein, es ist nicht schön. Ne, eigentlich ist es nicht so schön. Ach, ich darf nicht so viel lenken. Ah, komm schon, komm schon. Opetika. Dass ich den Wagen in der Röhre nicht mehr gedreht bekomme, ey. War eigentlich ganz easy. Mit Handbremse und dann rum. Ja, ich hab' zu lange keine Parcours mehr gespielt. Hä? Vorhin erst. Vorhin erst. Oh, oh, oh. Oh, sag' bei dem vorhin, da gab's keine Handbremse. Oder etwas, wo man in der Röhre drehen musste. Ich glaube, sowas hab' ich noch nie mit dir gespielt, oder? Ja. Ach, kommen wir zwei schon wieder rein. Was? Wir sehen nichts mehr. Nicht mit den extremen Sachen. Oh, aber Ina, wie war das mit den schweren Sachen? Die schaff' ich immer noch am ehesten. Das war auch das gleich von außen Video. Muss man da wirklich durchgehend runter Gas gehen? Nein! Ich kann schon hier auf dem ersten nichts auf. Nee, du musst, wenn du runterfährst, nicht so Gas geben. Also, ich hab' da jetzt nicht Vollstock gegeben. Naja. Naja, und wenn ich nicht Gas gebe, schaff' ich's nicht mal bei der ersten Platte. Oh, 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 oh. Ich wollt' gar nicht runterspinnen, ich wollt' gar nicht runterspinnen. Ich wollt' gucken, wo ich runterspinne. Scheiße. Oh, 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 oh Doch, hab ich nicht recht. Bin in den Punkt gelandet. Das hast du gar nicht verdient. Danke. Bitte. Jetzt hab ich schon wieder zu weit gelenkt. Fick dich! Fick dich ins Knie! Schaff ich den Walrath und Verzweiflern im Graben? Stück, ich sag euch, sie ist in Wir-Life im Unterschied von Tag und Nacht. Okay. Warum? Hier rastet sie immer Hammer aus, weißt du, und so, und mir bleibt total gespielt. Bindest. Jetzt verzieht's mir schon wieder den Arsch. Alter, was soll'n der Scherz? Nein! Oh, oh, er sagt was. Was soll'n ich mal geplant? War nicht mal geplant. Charlie? Hm? Möhm. 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 Musst du immer noch da runterfahren, oder die Plattform, oder wo? Ja, der Punkt! Yes! Beantwortet doch, wenn ich schaue. Ich muss immer noch die Platten runterfahren. Ich hatte es jetzt fast. Komm, 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 komm. Jawoll. Jetzt habe ich das Schild am Leben, mein Mann. Als das so behindert muss der Mensch sein. Oh, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Ich muss irgendwie meine Aggression auslassen. Ja, und da sagst du dir irgendwie, was gechimt ist. Und du findest du gar nicht... Ina, meinst du, Sebastian wird da Spaß dran haben an der Strecke? Definitiv. Der schon, ja. Also, ich wäre mit meiner gar nicht zufrieden. Und weißt du, was das Beste ist? Jetzt war ich gestern, das erste Mal seit langem, wieder mal bei einem Arzt. Und was ist? Wem begegnet man gleich mal als erstes? Dem Schwieger... ...die... Dem Schwieger zu... Ne, es war ja schlimm. Weil da war ja nicht nur das Schwiegermonster, sondern das Großmuttermonstert und die Tante. Ja, das volle Programm. Also... Ja, ich hab glaub, die stimme. Ich geh gleich zu früh... Also, ich geh gleich wieder... So, ich... also früh nochmal, die im Stream sind. Ich bin jetzt auf dem Wallbike. Bin hier im Vollgas, ja? Und fliege ganz oben... Ey, wenn ich jetzt da drauf lande, darfst du dich aus... Dann beweist uns einfach nur, dass... Dann beweist uns einfach nur, dass... Dann beweist uns nur, dass wir Rekt hatten und du nicht. Nein! Scheiße. Danke für die Blumen, Ina. Hat sie's geschafft? Hat sie's geschafft? Ja, schon. Hat sie's geschafft? Ja, schon. Ich denke schon, aber... Sie ist jetzt, glaub ich, ziemlich angespannt, weil das auch... Wie du halt Looping machen musst. Nein! Verdammte Scheiße! Der Looping ist leicht. Da muss man erstmal gar nicht aufhören können. Ich würd voll... Ich würd ja voll lachen, wenn sie's nicht schafft. Ich glaub, ich... Ich würd so lachen. Nein, Ina, ich würd das gar nicht witzig finden. Nein, ist schon wieder! Der ist schon wieder abgefahren. Oh, Mann. Wie schau's aus, Arturier. Ich find das jetzt eigentlich schon... Ist das schon am Ende? Ich? Ich bin am letzten Punkt, ja. Weil ich weiß, dass der Ausarturier am letzten kam. Ja, ich bin am letzten Punkt. Nein! Mann! Ja, Ina, ich möcht' euch doch zugucken. Deswegen muss ich mich ein bisschen weilen. Ist so hässlich. Ah, keine Sorge. Ich fliege in die Röhre, Alter. Ihr könnt mich mal am Arschlecken! Ihr dämlichen kleinen Dreckschmasten! Ich komm' grad an den Ehrungen, meine ich euch. Verdammt, 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 verdammt! Und was soll ihn? Ich hab' den Punkt. Das ist kraftvolle Ort. Das hört sich mal an wie Andreas. Halt, stopp! Das gibt's doch nicht! Warum sagst du sowas nicht? Warum sagst du mir sowas nicht? Was denn? Nein! Dass du da durch ein Loch musst! Ja, du musst, äh, werden durch ein Loch fahren! Oh, ich bin ja eh so zielsicher, ne? Oh! Oh! Das ist doch knapp. Ja, ja, ja! Nein! Ich bin jetzt irgendwie so... Wer stellt dann irgendwelcher Depp macht am Ende eines Loopings da so eine dämliche Wand zu machen? Wer ist so dämlich? Also mal ganz ehrlich. Krass! Oh! Ich hab' ihn mit viel Liebe geworden. Ich stecke für dich. Ähm, Chris, wie schaffst du das da rüber auf die schwarze Wand? Ich mein, ich hab' das jetzt durchs Loch g'schafft, aber wie schaffst du das auf die Schwarze? Ja, du darfst nicht von unten nach oben durchs Loch fahren, also nicht so hoch springen. Wo darfst du nur gerade durchfahren? Ne, ich wollte, ich bin ja gerade durchs Loch g'schauen und hab's nicht g'schafft. Also eigentlich... Ey, du brauchst gar nicht durchs Loch fahren, du kannst, äh, drunter durchs, unter die weiße Plattform und dann leicht hochgezogen. Echt? Okay. Leicht hochgezogen. Ja, gut. Hab' ich mal nie probiert, ich fahr' mal da durch. Ah! Ja, toll, Daniel. Entschuld' ihm das noch, das baut er denn weg. Ohhhh. Nein, Ina, ich kann nix mehr hinsetzen, ich hab' meine vollen 200 Teile ausgereizt. Ich kann nix mehr bauen. Ist auch egal, man kann ruhig... Ja, ich lande da, wo Ina grad ist. Ohhhh. 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 Hast du mich gesehen? Das ist ein bisschen einfacher, wenn man da von unten nach oben fährt. Ohhhh. Nur die Röhre tropfenkacke. Ohhhh. 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 Also die Röhre hab' ich noch gar... Ich hab' sie gesehen, aber ich bin dagegen geknallt und das war's. Ohhhh. Ohhhh. Verdammt. Verdammt. Aberfern. Aber... Aber lets mich wundert's, dass ich das so gut schaff'. Also, gut ist gut. So einigermaßen halt. So schaff' BEM! 42 Minuten. Irgendwann später. Ja, schade. Nies, richtig mies, schade. Ich hätt's dir gegönnt. Aber ich bin zumindest schon mal durchgekommen. Ich hätt's dir gegönnt. Echt, echt mega Respekt, dass ihr jetzt noch fahrt. Ja, mit uns schon sämtlicher Fingerweh. Ups. Und ich schiele, glaube ich, schon in alle Richtungen. Aber okay. Läuft. Ich will das auch sehen, den Rest. Also, ich muss das jetzt schaffen. Du willst den ganzen Rest noch sehen? Alles, was noch kommt? Ja. Dann hast du aber noch einiges vor dir. Jaaaaaa. Mit mehr Überzeugung, bitte. Mit mehr Überzeugung, bitte. Sollte sich irgendwer braun an die Tür zu klopfen. Mensch, bitte. Sollte sich irgendwer braun an die Tür zu klopfen. Mensch, bitte. Und dann in die falsche Richtung. Und dann in die falsche Richtung. Und dann in die falsche Richtung. Alter, mich fangt schon überall zum Jucken an. Alter, mich fangt schon überall zum Jucken an. Hör auf zu klopfen! Voll in die falsche Richtung. Hör auf zu klopfen. Da schaff ich diesen Scheiß aussortieren nochmal zu überbrüten. Und dann rückwärts, ne? Und dann im Retourgang. Und dann, und dann, und dann lenke ich in die falsche Richtung. Hör auf zu klopfen. Ich fress! Ah, Alter, ich krieg ein Pferd. Hör auf! Hör doch auf! Ich verhau auf was ich will, das gut. Dann kann man immer die Zeit nutzen zum Zwinggang. Damit man jede Sekunde sieht. Hör doch auf! Das wird doch nichts mehr. Nein, ich will diesen Punkt schaffen, diesen verschissenen Uhrenspunkt. Das kann's nicht sein! Ihr seid bei 254 Minuten. Irgendwann ist es nicht gewesen. Das interessiert mich, Nüsse! Ich will diesen Uhrenspunkt haben. Oh, ich will durchschnitzen. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Was? 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 Ich will's sehen, ich will's sehen. Ich glaub's nicht. Ich muss erstmal selber gucken. Ich muss umzwischen. Sie hat... Ne, ich bin bei Ina. Nein, ich will auf... Ne, Moment. Irgendwo, ich glaub's nicht. Sie hat den Punkt. Ich glaub das nicht. Wie hast du den denn jetzt gekriegt? Dann musst du erst mal in Ruhe ins Schlüssel fliegen. Ich hab den Punkt. Sie hat den Punkt. Nach 254 Minuten ist sie bei Punkt 5. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Sie hat den Punkt. Ich hab ihn. Lass sein.